Was ist denn passiert mit dir? Du hast doch sonst nicht so einen Fusschen. Wenn man so scharf auf dem Knast ist, dann mach es doch. Lass mich da raus. Fusschen. Es tut mir leid. Keine Hände. Amnest du? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020